Es ist schön, wenn man ein Video dreht und vergisst, dass Bluetooth an ist und man redet und redet und redet und es kommt einfach kein Ton. Egal. Ich stehe hier auf jeden Fall auf dem Rewe-Parkplatz und alle Leute gucken mich ein bisschen komisch an, weil hier mit dem Handy quatsch. Ich fahre jetzt nach Reutlingen, brauche von Frankfurt ungefähr zweieinhalb Stunden, hol die liebe Sandra ab. Ich freue mich total. Und dann geht es weiter nach Kempten, nochmal zwei Stunden und dann sehen wir uns auf der Romance4U. Eine Roomtour. Unser tolles Zimmer. Kuckuck. Das einzige Thema ist, wir haben keine Bar-Tür. Also Privatsphäre? Null. Nicht dich. Wer braucht Privatsphäre? Ich glaube, es ist ein Tüter. Ich weiß nicht, dass es ein Tüter. Ich weiß nicht, dass es ein Tüter kommt, wenn ich weiß. Und dann kommt das Kostens Chin des Hose. Ich weiß nicht, dass wir da. Ich weiß nicht, dass es ein Tüter kommt. Untertitelung. BR 2018 Einen wunderschönen guten Morgen! Ich habe mein Handy im Hotelzimmer vergessen und jetzt laufe ich zurück. Moment, ich nehme mit zum Stockwerk. Oh nein, ich habe diese Karte vergessen. Scheiße. Oh, ich bin echt ein Trottel. Erst mein Handy, meine Schuhe, meine Karte. Jetzt leh ich nur mit mir selber. Moment, zwei, nein, ein Fall. Drei. Okay, ich fang jetzt trotzdem an. Ich lese euch heute aus With Your Eyes. Das ist mein neuestes Buch. Das ist ein bisschen dramatischer als meine vorherigen Geschichten. Der Bambusfeger, genau. Die Ella macht das nicht mehr. Moin. Hallo. Danke. Ich mache gerade ein Video, aber du kannst gerne mit drauf. Live in Instagram. Ja, toll. Ja, siehst du? Jetzt habe ich schon meinen ersten Gast hier. Ich möchte nicht mehr deine Last tragen. Entweder trägst du dir und überlegst Verantwortung. Und das ist halt, ja, das hört sich auch so krass an. Aber unsere Eltern sind auch nur unsere Eltern. Und das ist halt, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017